Storage Area, das könnte es aber auch sein. Das klingt nach Lager, ne? Ja, das hat es aber mit den Loading-Dingern auch schon gehört. Ja, eben auch, ja, das ist das. Aber Storage Area, das könnte es sein. Ah, hier, guck an, hier sind wir da. Yes, also, ich tauch. Und jetzt hier runter und da hinten. Ah, okay. Da, das Gitter und den würden wir hier wegmachen, also. Soll ich gucken oder arbeiten? Na, du kannst gucken, ich arbeite. Du bist es ja gewöhnt. Eben. Es musste passieren, dass du das sagst. Ja. So, den Magneten hier hin, wo ich jetzt stehe. Geht nicht. Warum nicht? Du schließt den Weg. Das kann nicht sein. Achso, warte mal. Ähm. Ah, Fehler, Personal im Greifraumbereich, evakuieren. Ah, okay. Also. Wir müssen diese Box hier, dann einfach die da hinterher schieben. Ah, jetzt bleib da. Jetzt bist du außerhalb des Bereichs. Okay. So, die Box. Nein, eins vor. Noch eins Richtung uns. Was? Genau, die Box. Ja. Und dann eins zurück. Zurück. Also. Wieder zurück. So. Genau. Runter. Okay. Dann kommst du zwei zu uns. Yes. Nehmen. Und dann zwei runter. Okay. Moment. Die? Ja. Ähm. Genau. Die. Da rüber. Rund, runter. Jetzt könnte es sein, dass schon... Ah, da liegt ein Gitter drauf. Deswegen. Ähm. Und dann eben noch zweimal nach... Genau. Runter. Und eins rüber. Und dann muss es gehen. Ja. Die Tür ist offen. Perfekt. Come on here. Also rein da. Ich bin drin. Kiste aufnehmen. Äh. Rungeter freigeschaltet. Boxed inni. So. Metall als Glas. Äh. Kletterdingsbums. Bolzen. Äh. Jetzt hast du das schon genommen. Verdammt. Ja. Und? Wie viel? Acht. Titanerz. Ähm. Ja. Zwei Bolzen. Drei Schrott. Zwei Leder. Ein explosives Pulver. Drei Glas. Sechs Schorniere. Und eine Machete. Cool. Sogar eine Machete hat man hier gefunden. Klasse. Ja. Dann müssen wir jetzt hier. Das war's. Ja. Dann müssen wir jetzt da eigentlich wieder hoch ne. Und dann. Ja. Zurück. Aber echt blöd, dass es da keine Tokens jetzt mehr. Dass das nicht respawned. Wie gesagt, bei mir war das wieder respawned. Aber vielleicht waren wir wirklich nicht weit genug weg. Weit genug weg. Vielleicht hat da irgendwer einen Tipp. Keine Ahnung. Ähm. Ich lauf jetzt durch Elevator hier. Ähm. Durch den Plantation. Ja. Ich bin direkt hinter dir. Achso. Na wenigstens sind die Schilder beleuchtet. Ja. Elevator. Wir sind da. Yippie. Also Leute. Merkt euch. Der Raum hier bei wo es minus 4 geht. Äh. Hier oben den Knopf. Oh. Habt ihr. Naja. Ja wir zeigen den Raum einfach nochmal. Wir zeigen ihn nochmal. Hier den Knopf. Genau. Der Knopf da oben. Der da. Der da. Haus Nummer 6. Genau. Haus Nummer 6. Stockwerk. Minus 20. Genau. Weil dann geht es nämlich ganz runter. Und da ist dieser komische Computerraum. Würde ich den jetzt mal nennen. Mhm. Ja. Also auf die Null. Tja. Na super hat er es gemacht. Huh? Haha. Der fliegt. Das ist die schwere Losigkeit. Ja. Wo ist denn der hin? Ah da. Hast du ihn? Hä? Dann müssen wir nochmal runter fahren. Haha. Nein Gott. Oh. So. Und dann müssen wir eigentlich nur in die Richtung oder? An dem Roboter vorbei und dann sind wir doch schon an... Äh. Da ist die Tür noch verschlossen. Ja das ist Haus Nummer 3. Ja das ist Haus Nummer 3. Huh. Warum kommst du zu mir? Er hat dich. Er hat dich. Du dummes Sau. Du gehst du weg. Ich hab keine Munition mehr. Ja. Ich hab dir ein paar aufgesammelt hier. Ich hab äh drei Pfeile von dir. Warum? Ah. Da ist noch eine Tür. Ja. Da ist Plastik. Das ist so selten. Warte mal. Ich geb dir die Pfeile. Dann könnten wir tatsächlich da noch nicht drin gewesen sein. Das wär möglich. Hast du nicht gesagt du hast Bolzen? Und Metallärzt? Ne Metallärzt hab ich nicht. Okay. Oh guck mal an. Hier waren wir tatsächlich noch nicht. Wow. Da könnte also auch ein Rädchen sein. Deswegen hatten wir so wenig Coins. Ah. Token. Juhu. Wir haben den letzten Token. Und zum Glück haben wir die Machete mitgenommen. Wir hätten sie nämlich sonst... Na gut. Wir hätten sie unten gefunden. Ja. Ein Safe. Leder, äh Pulver, Bolzen, Titanerz. Ja moin. Sehr geil. Klebeband. Ah, da ist noch mal ein Token. Cool. Wer haben wir denn jetzt eigentlich? 31, oder? 31, ja. Ja. Nur damit lässt sich doch arbeiten. Ja. Hier ist dann nichts mehr. Ah, hier ist eine Klebeband. Guck an. Ich habe auch eins gefunden, ja. Das ist... Können wir irgendwas machen mit den Klebebandern eigentlich? Eigentlich nicht, ne. Ne. Tja, da war auch nichts weiter. Da ist Treppenhaus. Tja. Dann können wir eigentlich schon wieder rundher. Ah, hier, schau mal. Hier geht es noch raus. Was? Ja. Äh, wo bist du? Äh, im Wohnzimmer. Da, Küche. Moment. Wo bist du? Ich bin da. Äh, Schlafzimmer. Da. Da. Ja. Oh, ich weiß, was das ist. Oh Mann, hast du deine Seilrutsche dabei? Immer. Warum soll ich die ablegen? Lass ich mal hier oben noch gucken, ob da was ist. Ja, hier ist noch... Oh, hier ist noch Schrott. Sehr schön. Vielleicht finden wir auch noch einen Tucken. Und zwar... Wie war das nochmal? Warte mal, wie war das nochmal mit Ausmachung von dem Display? Keine Ahnung. Verdammt. Ah, der Punkt war das. Bleib mal da stehen. Das ist wieder ein schönes Bild. Ach. Herrlich. Also wir müssen jetzt da rüber aufs andere Haus. Ja, da wo der Schrott liegt, ne? Ja. Und dann... Die Seilrutsche. Mit der Seilrutsche da runter. Und kurz bevor wir andocken, abspringen und die andere Rutsche wieder hier drauf springen. Nein. Und dann weiter rutschen auf das andere Haus. Nein. Doch. Ich hab das auch, ich glaub, zehnmal versucht, bis ich's mal geschafft hab. Okay. Ähm, dann zeig mal, wie du das magst. Ich nehme es auf. Hahaha. Nein. Du bist runtergefallen. Ach, was? Jetzt versuchst du. Okay, oje. Also springen und dann an dem anderen gleich wieder anhängen, ja? Ja. Oh. Mir wird schlecht. Ähm, nö. Du bist runtergefallen. Ja. So, jetzt müssen wir den Eingang wieder zum Haus finden, dann den Aufzug holen, dann... ...wieder... wieder hoch und dann nochmal, bis wir's geschafft haben. Juhu. Und da ist schon wieder dieser blöde Robberl. Können wir an dem denn einfach vorbei? Ja. Ja, ich hol ihn. Aufzug. Eirungischer freigeschaltet. Expert. Äh, du Robberl. Oder was, wie auch immer. So, Aufzug ist da. Äh, Pfeile. Äh, schwupps. Titanerz? Hm. Schwupps. Bolzen. Schwupps. Hm. 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 So, das haben die aber toll gemacht. Ähm, was machst du denn da unten? Ach, da fall ich jedes Mal rein. Was? Naja, ich bin auch da schon drei-, viermal runtergefallen. Du bist da runtergefallen? Nein! Ah, das war so knapp. Los, los! Ah! Verdammt! Ich hab aber auch das eh gesehen und hab gedrückt wie ein Blöder jetzt. Ja. 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 Malala. Wie war das mit, ähm, jetzt ist der schon wieder da. Okay. Ha. Mann. Können wir vielleicht das nächste Mal auf die andere Seite gehen? Mhm. Aber ich hab auch, ähm, die ganze Zeit auf E gedrückt. Ja, das ist, ich hab das zehnmal versucht da reinzukommen. Ah, ich muss mal einen Schluck trinken. Essen geht noch, aber trinken war jetzt schon ganz schön weit unten. Trinken hab ich noch ein bisschen was. Also ich hab noch eine komplette volle Flasche. So. Jetzt probier ich zuerst. Äh, ich bin falsch gegangen. Ich bin schon wieder falsch gegangen. Verdammt. Da muss ich, da muss ich, dann da und dann hier. Ach ja. Und täglich grüßt das Murmeltier. Mhm. Mhm. Das ist wieder so ein, äh. Special-Ding, ne? Ja, so ein, so ein Time-Run. Ah! Ich hab's gesehen, Mensch! Wieder das gleiche. Ach! Ja. Und durch das, dass ich jetzt auf dich geschaut hab, bin ich natürlich runtergefallen. Na super. Jetzt einfach an dem Roboter vorbei rennen. Der kommt nämlich nicht mit rein in den. Ich hab schon mal den Aufzug. Ja, ich, äh. Ich versuch grad, hier wieder hochzukommen. Hahaha. Ey! Roboter, geh weg! Ah, je, je. Sowas, sowas. Da, 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 da. Ich möchte es aber schaffen. Ja, ich will da auch rüber. Ja, wir brauchen da irgendwas wahrscheinlich. Ich glaub, da liegt bloß ein bisschen Schrott. Achso. Aber ich will das schaffen. Ich hab da so'n Ehrgeiz. Kann doch nicht wahr sein, dass wir das nicht schaffen. Ich bin früher abgesprungen diesmal. Ja, man muss einfach ein bisschen früher abspringen. Das wird's sein wahrscheinlich. Kiste! Dreimal Scharnier. Super. Yeah. Hahaha. Das heißt, bau doch Kisten. Möchtest du ein Bild, äh, vor diesem... Hahaha. Warte mal. Kann man da ein Bild machen? Vor diesem Schild? Mhm. Ähm. Da bin ich nur viel zu nah dran. Warte mal. Ja, ich auch. Ne. Das haut nicht hin. Na gut. Wenn wir das jetzt hundertmal machen, dann müssten wir den Erfolg mit dem Ding haben. Mit dem Seilrutsche. Bist du jetzt da einfach runter? Äh, wir können jetzt hier runter. Oh, da ist nämlich nochmal ein Schild. Aber hier ist nochmal ne... Ah, da ist auch nochmal Schrott. Oh, und nochmal ne Kies... Äh, ein Dingens. Scharnier, Glibber, Kupfer, Glas, Scharnier, Scharnier. Cool. Und Schrott und Schrott. Und Schrott. So, aber ich glaube jetzt haben wir echt alles. Ja, bleibt zu hoffen, ne? Außer die Automaten. Die dürfen wir diesmal nicht vergessen. Stimmt. Die dürfen wir jetzt wirklich nicht vergessen, ja. Dann lass uns zu den Automaten gehen. Ui! Der blöde Roboter hier. Gleich mal die Bäume mit. Oh ja, das ist eine coole Idee. Weil ich hab eh noch... nur noch zwei Fitzelchen-Axt. So, dann kann ich gleich die nächste. So, wir wollten ja das Piano. Ja, auf jeden Fall. Und dann, äh, wollten wir ja... Ich will dich, ich will dich nämlich spielen hören. Ja. Und dann wollten wir ja, ähm, eigentlich all den Rest nur noch ausgeben, oder? Also gut, ähm, acht Token kostet dieses Klavier. Ja, genau. Ich nehme es, okay? Ja. Pickup. Ich habe das Piano. Oh, kann man die vielleicht auch wieder rausklauen, die Tokens? Nee. Oh Mann, kann man den Automaten kaputt machen? Ja. Also, die Ledersachen haben wir gesagt, nehmen wir nicht, weil die können wir selber craften. Auch die Machete und, äh, können wir selber craften und das Radio... Oh, Errungenschaft freigeschaltet, Small Spender. Was hast du jetzt gekauft? Ich kaufe gerade alle, äh, Pflanzen einmal. Okay. Da liegt, ähm, eine Kiste vorn. Habe ich? Ich habe auch noch... Warte mal, du hast doch Scharniere, hast du gesagt, ne? Ja. Ähm, dann gebe ich dir mal die Scharniere. Wo bist du? Ah, da vorne. Kommst du mal zu mir zurück? Bitte, bitte. Hast du Schrott zufälligerweise auch? Ja, habe ich. Warte, dann gebe ich dir das auch. Ähm, ich habe noch Clipper. Ja, habe ich. Ich habe, äh, explosives Pulver. Ja, habe ich. Ich habe Glas. Ja, habe ich auch. Metallbarren? Äh, Metall? Erz, meine ich? Äh, nein, habe ich nicht. Okay, dann, äh... Ja, das reicht aber jetzt halt auch, weil... Ich habe auf jeden Fall genügend Platz, dass ich hier die Bilder noch nehmen kann. Wie viele Token haben wir noch? Wir haben jetzt noch 17. Okay, dann kaufe ich jeweils einmal das Bild. Dann haben wir noch 7. Cool, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5. Wo sind jetzt die Bilder? Hä? Warte mal, warte mal, bevor du jetzt alles hier rauswirfst. Ja, du musst reinwerfen, nehmen, reinwerfen, nehmen, reinwerfen, nehmen. Ach so, deswegen hat er es nicht genommen, alles klar. Und, äh, das müsste jetzt das letzte sein. 2, 4, 5, Errungenschaft freigeschaltet, Bricksbänder. 5. Genau, ich habe jetzt halt alle Bilder einmal. Oh, jetzt haben wir noch einen Token. Da drüben kostet alles 2. Genau, aber du kannst ja nochmal Pflanzen nehmen. Das ist cool, dass man wenigstens zweimal die Pflanzen bekommt. Ja, dann nehme ich nochmal, was nehmen wir denn, die ganz untere? Das erkennt man fast nicht, sind das die Hänger? Ja. Ja, warum nicht, klar. Die Hänger kannst du immer irgendwo anbringen, ne? Ja. Also wir haben jetzt 4 von jeder, außer von den Hängern, da haben wir 6. Klassi! Haben wir alles jetzt ausgegeben. Jetzt sammeln wir noch ein bisschen... Holz. Holz? Ja, Holz müssen wir jetzt auf jeden Fall noch sammeln. Die Blätter kann man ja rausschmeißen, wenn es knapp wird vom Inventar her. Ja, ich habe Seile draus gemacht. Ja, oder so. Ich denke mal, wenn wir irgendwann zurückfahren und es stehen die Bäume wieder da, dann dürfte alles wieder da sein. Ja. Weil die Bäume hier wachsen ja so nicht nach. Nee, normalerweise nicht. Ja, schön. Aber Holz haben wir jetzt ja dann en masse. Und vor allem, wir haben eine schöne Deko. Hast du eigentlich was zum Essen mitgebracht? Äh, ja. Brauchst du? Ähm, ja, das wäre nicht schlecht. Cool, ich freue... Oh, da bist du ja. Das ging aber schnell. Dankeschön. Ja, ich mache mich jetzt schnell leer. Off the ship. Off the ship. Off the ship. Do, 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 do. Ein kleines bisschen Holz farmen. Das macht Spaß. Naja, das kann langweilig werden. Hm. So, sing doch mal dein Lied von vorhin. Nein. Das war nur exklusiv. Für dich. Mhm. Ja, nur wenn ich jetzt das Ganze im Zeitraffer laufen lasse, dann klingt das richtig lustig. Hahaha. Nix gibt's. Ach guck mal. Boah, wir haben jetzt da zehn Titanwaren, ne? Weißt du das? Zehn? Ja. Ja. Oh, da kann, können wir was herstellen. Ja, da kann man richtig, richtig auf den Putz hauen. Ich würde halt, wie gesagt, gerne so einen Schrank herstellen, um einfach mal zu wissen, wie viel Platz hat es den? Doppelt so viel. Doppelt so viel wie eine Kiste? Ja. Ja, dann weiß ich nicht, ob sich das lohnt, weil dann hast du schneller zwei Kisten hergestellt und übereinander gemacht, oder? Ja, es ist... Nice to have. Es ist schon viel Platz, ja. Ja. Aber, ja, es ist jetzt... Ja, aber wenn du sagst doppelt so viel, dann... Scheiß teuer. Ja, eben. Wenn du sagst doppelt so viel, dann stelle ich zwei Kisten hin. Eine unten, eine hänge ich drüber an die Wand und schon habe ich das gleiche am Platz. Ich muss halt da zweimal aufmachen, klar. Wenn ich jetzt halt... Ja, wobei auch... Ist ja eigentlich auch ein Quatsch, ne? Weil wenn ich beide Kisten dann zum Beispiel mit Holz voll habe, dann mache ich ja nur eine auf, um mir was rauszucrappen. Ja. Ja, das... Ich meine, das Lagersystem da unten muss ja eh noch ein bisschen überarbeitet werden, ne? Oh, ja. Das ist absolut noch nicht auf unserem Standard. Nein, überhaupt nicht. Ähm... Oh! So, ich bin mal ganz kurz wo. Du kannst ja weiter holzen. Ich komme dann sofort wieder. Ich holze gleich mal weiter, ja. Ich bin mal ganz kurz. Aber ich bin mal ganz kurz. Ja. Ich bin mal ganz kurz. Vielen Dank.